du passt doch jetzt warte dass ich fand suchen ich schwöre das bringt wenn du mal richtig was findest guck mal jetzt habe ich schon mal eine fand flasche gefunden und jetzt habe ich eine erfolgerung leike penner und 35 euro was fand suchen dann keine mülltonne jetzt schon wo ich bin ich bin down dieser hässliche eiswagen bot nein doch hat mein bus gerammt mein bus hat mich gekillt dabei also hier anemnos oder team von nrp bitte mal an den skripte ich denke dass nemesus würde ja sinn ergeben weitergeben dass er die bots vielleicht so skripte dass die anhalten wenn jemand in der bestimmten range von sag ich mal von elf ist das wäre auf jeden fall hilfreich dann passiert sowas nicht wo bist du jetzt sollte ich irgendwie abholen ich gucke wo ich jetzt vorne warte dann fahre ich dich da eben hin weil das geile ist wenn du bei mir einsteigst einmal kurz dann kriege ich doppelt so viel geld aber dich kostet das nichts das geld wieder bekommst weil dass deine erste busfahrt ist okay das ist das geile hier übel zu fremdorps übrigens leute es geht hier ich bin gerade im krankenhaus ist ganz ständig gerade wo ich fahr gerade wieder zum bus depot glaube ich also ich bin im krankenhaus gespawnt wo das was ich kenne warte ich nehme eine route wo ich am krankenhaus lang kommen ich weiß nicht immer hier geht es raus ich habe natürlich auch geil gemacht auf jeden fall so ich bin am krankenhaus das ist am start hier ist auch ein pd wie viele pd's haben die denn oh mein gott hier hat sich schon wieder einer teleportiert hier slay ja ja das medic ja warte ich guck mal eben krankenhaus ich nehme mal kurz linie 2 ich komme sofort warte ich fahre einfach mal direkt krankenhaus ist das am start hauer ja am start hauer ist das also das ist eigentlich auch ganz cool hier sind nur kleine die pdk steht hier auf jeden fall kranken werde ich steig mal weil ich mir ein das cool start hauer und so jetzt kommen auch zwei cop cars durch die natürlichen sagt mal wenn du mich siehst ich war hier mal in der umgebung rum er steht direkt am auto da hier und geldtransporter der geldtransporter bin ich jetzt ach da unten ja ich sehe dich bist du der komische typ da ja ja denn es gehen habe ich behalten auch jetzt kann ich aussehen ist auch geil ob ich ein kurzstrecken ticket haben will ein tagsticket oder ein monatsticket was wenn ich jetzt abbrechen wir wollen hier keine schwarzfahrer wird die checktet auch geil nahe doch so richtig geil gemacht ich müsste auch mal zu meinem bus gerne so ja ich fahr dich ja jetzt hin das ist aber man kann das trotzdem das umgehen indem man einfach so lange im bus sitzt bis man da ist wo man sein will kann man das zielte laufen gesetzen und wie fünf sekunden und dann denke mal ist man eine gute wird mit dem text wir durften keine schwarzfahrer so wo stand dein bus jetzt ah ja hinten am pns lenkt mich mal ah ja hinten grove street pns ja wenn ich es finden würde fahrschule busdepot da in der ecke warte noch weiter geradeaus geradeaus zum lkw schön mitgenommen geradeaus hier vorne hier rechts eigentlich sollte der irgendwo stehen eigentlich da hat mich der bot weg gerammt hier abruft warte der bot kam von hier also müsste ja der muss eigentlich in die richtung egal wieso noch mal von flaschen weißt du was wir machen hä bist du wo bist du hin ich stehe doch hier in der mülltonne ach so ja mein bus ist weg auch geil der bot hat mich kaum mein bus weg kann noch nicht weil ich zum busdepot ja wo dann linie 2 ja oder linie 3 nee 2 erst wir machen immer alle oder ich habe noch nicht mal linie 1 abgeschlossen aber ich bin schon am busdepot so halbwegs ich bin hier alle hamper tanke gerade gut dann kann der rest auch nur laufen so gerne michael bünder ist ab sofort im sch*** fragt dich aber wo ein bus ist ich habe ich habe also kein geld für linie 1 grad bekommen da glaubst du was ich hier aus 30 noch mal mache ich fahre noch mal linie 1 kurz dass ich die komplett abstehe so weißt du klar und let's go motor wird gestartet handbremse lösen gemeine kommt hier für mich also aus meiner sicht ja ich fand ihn hier zwei es noch nicht gemerkt hat so handbremse gelöst man pet 6 wusste ich auch noch nicht jetzt wissen wir haben die handrolle auch nach hinten ich habe das heute noch nicht gesehen ne da stand ja holt stand ja bei den rollern nicht okay die die jetzt gefällt mir schon mal die füße durch ls heißt zwar mehr frame drops weil hier extrem viel gemäppt ist also was schon extrem krass okay wie mache ich dann am sporten worden das ist irgendwo so ein typ der hier das schon geil gemacht hier alles illegale admin zugang hat sich vielleicht jemand versucht irgendwie hätten als hätten einzulocken aber keine ahnung ja das können wir ja mal irgendwie probieren bald wüsste es nicht wie da würde mich immer interessieren ob man gebannt wird oder nicht ich will es nicht ausprobieren und du mit vpn und anderen account ich habe mir dies nicht vor nein aber wer auf jeden fall schlau die leute an weg zu bannen nur als tipp vpn hat jeder schnell angeschmissen und dann hat man dies auch umgangen der kreisverkehr da hat mich gefällt mir übrigens sehr welcher kreisverkehr da am pd da wo diese abkürzung ist wo man einmal quer über bort stein fährt bassen kreisverkehr finde ich ja auch nicht schlecht bitte warten kämpfen wir fahren autos über unseren dienst welcher kevin wenn kann der kreisverkehr denken ok der heißt nein nein ich meine nicht in unfähigen serverleiter nein meint den ex gegen naja genau geil ist das dem sein ernst hier der ist sein auto mitten auf der straße stehen ich will dann mit dem bus card durch weißt du ja der eine new born fährt hier erstmal über die weg auch geil kämpfen meldet sich an und meldet sich wieder ab wohl also da mal vielleicht in die logs gucken war nichts gegen die admins aber sieht mich schon nach abjus aus wenn man nur wenn man nur zehn sekunden im dienst ist circa sieht schon nach abjus aus oder eine halbe minute lohnt sich ja gar nicht oder vielleicht hat es auch andere hintergründe die mich nicht anzugehen haben aber nur so als ich stand doch hier an dieser gasse beim pickpennen ja wollte ich gerade durchfahren der typ so fahr hier weg aber dalle ich so ich würde gerne hier durchfahren und er dann so und ich würde gerne ein fliegendes schwein haben sein ernst ja da habe ich halte kurzgang eingelegt wie heißt du schon der klüger und es da natürlich nicht heißen dass er doof war